Hallo YouTube, hier spricht die Stimme der Hauptstadt, I'm Assassin here und ja, ihr habt richtig gehört, heute ist nicht Vapiti am Start, sondern er hat mir die Gelegenheit geboten, mich bei einem Gast-Kommentary auf seinem Channel einmal vorstellen zu dürfen. Dafür möchte ich mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bei ihm bedanken und ich musste allerdings für dieses Gast-Kommentary eine Hürde überwinden, die für mich persönlich relativ schwierig ist, und zwar in MW2 Gameplay erspielen. Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen verrückt, allerdings ich habe MW2 nie aktiv gespielt und habe es mir nur mal nachträglich geholt, kurz vor dem Release von Modern Warfare 3, um mich so ein bisschen mit dieser Infinity Ward Engine, will ich es einfach mal nennen, vertrauter zu machen. Das hat sich dann im Endeffekt ein bisschen als Flop rausgestellt, allerdings ja, wollte ich nichts unversucht verlassen. Das ist allerdings ein anderes Thema. Kommen wir hier erstmal so ein bisschen kurz aufs Gameplay zu sprechen. Das ist ein Herrschafts-Gameplay auf der Map Afghan mit der Farm-Mast-Vollmantelgeschoss, der spielt als Perks hatte ich dabei, Fingerfertigkeit, Feuerkraft und ruhige Hand. Und da ist Abschuss-Serien und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum interessanten Punkt dieses Gameplays hier, wo es dann auch eigentlich, ja, direkt schon um das Thema dieses Commentaries gehen soll, sind nämlich die Killstreaks, Predator, Harrier und die AC-130. Und ich bin nicht so der Typ, der gerne auf Nukes oder auch auf Moab spielt. Ich probiere eigentlich immer an Kills das Maximum rauszuholen und bin deswegen auch in MW3 eher ein Assault-Spieler geworden. Und ja, deswegen auch an der Stelle hier in MW2. Wenn ich MW2 mal spiele, dann spiele ich auf jeden Fall auch nur auf Kills und habe mir deswegen als höchste Killstreak die AC eingepackt. Und die AC ist in meinen Augen eine extrem faszinierende Killstreak. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier schon auf dem Channel von Vapiti bin und der ja meistens MW2-Gameplays uploadet, dann soll das Thema vielleicht auch ein bisschen an MW2 angelehnt sein, was ich hier heute besprechen will. Und da habe ich mir gedacht, passt das eigentlich ganz gut, wenn ich mal so ein bisschen über Skill-basierte Killstreaks rede. Denn die A230 ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Und ich will auch gleich euch dann so ein bisschen erzählen, warum das Ganze so ist und wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin und was ich mit diesem Thema eigentlich dann im Endeffekt bezwecken will. Und zu dem Gameplay hier nochmal, ich habe am Ende des Spiels drei ACs erreicht, also habe so ein bisschen nach der Faustregel für MW2- und Black Ops-Gameplays, die sich in diesem Punkt auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich sind, eigentlich alles richtig gemacht, um am Ende dann 100-Plus-Gameplay zu erreichen. Und schaffe es dann allerdings aus dem Grund nicht, weil ich eben mit der AC nicht genügend Kills mache. Und ich habe es ja am Anfang erwähnt, ich bin nicht besonders MW2 erfahren und das heißt auch, ich bin nicht besonders AC-130 erfahren. Und die AC braucht halt wirklich sehr, sehr viel Skill und sehr, sehr viel Erfahrung, um dort viele Kills am Ende mit rauszuholen. Und ihr seht es dann auch im Gameplay, dass es eben dann an einigen Stellen mit der AC eben nicht hingehauen hat, weil mir dann eben, ja, die nötige Erfahrung mit dieser Killstreaks fehlt. Und dieses Problem habe ich halt, wie gesagt, wirklich nur in MW2. Also ich habe in Call of Duty 4 schon 100-Plus-Gameplays erspielt. In Black Ops oder MW3 gelingt es mir eigentlich auch dauerhaft, wirklich, ja, 100-Plus und auch teilweise sogar deutlich mehr als 100 Kills eben zu erreichen. Und in MW2 ist es wirklich auffällig, auch wenn ich eben, wie gesagt, relativ wenig Spielerfahrung habe. Aber wenn ich meine Killstreaks wirklich mal erreiche, also wenn ich wie in diesem Gameplay hier echt dreimal die AC mindestens bekomme, dann schaffe ich es einfach nicht, am Ende, ja, eben einen Score rauszuhauen, der eben an den Score der anderen Call of Duty-Teile angelehnt ist. Und ich bin allerdings auch gar nicht unzufrieden oder so damit, sondern ich finde es eigentlich auch okay und versuche mich dann eben auch weiter mit der AC zu verbessern, um eben dann, ja, diesen nötigen Skill an den Tag zu legen, den man eben braucht, um es dann am Ende eben mal zu schaffen mit den 100 Kills. Und deswegen arbeite ich da weiter dran, habe mir auch in nächster Zeit ein bisschen vorgenommen, ein bisschen mehr MW2 zu spielen. Okay, ich will allerdings erst am Ende dieses Kommentaries so ein bisschen drauf eingehen, warum ich eigentlich von diesen Skill-basierten Killstreaks so fasziniert bin oder wie ich überhaupt da drauf gekommen bin. Ich will zunächst erstmal so ein bisschen auf die einzelnen Faktoren jetzt eingehen, was es denn überhaupt ausmacht oder was denn überhaupt mit diesem Skill-basierten Killstreak-Gelabere hier von mir es auf sich hat. Und natürlich braucht man auch, wenn man einen Chopper Gunner benutzt in Black Ops oder MW2, ein gewisses, ja, Grundverständnis von Call of Duty, zum Beispiel, wann setzt man ihn ein, also bei welchen Flaggenkombinationen ist es am besten, den Chopper Gunner einzusetzen oder wenn man dann eben gerade auch sehr, sehr viele Hauptspawns hat, die in Häusern sind, dass man die dann zudeckt. Also ich kann dann ein ganz gutes Black Ops Beispiel nennen, zum Beispiel die Map Radiation, wo diese große Halle ist, dass man sich da einfach reinlegt, während man im Chopper Gunner liegt. Da hat man sozusagen schon den nervigsten Spot oder den nervigsten Spawn dann eben schon zugedeckt, wo die Gegner dann halt wirklich sehr, sehr dauerhaft spawnen könnten und einem sozusagen dann, ja, die Kills mit dem Chopper Gunner verhindern im Endeffekt, weil man eben in diese Halle sehr, sehr schwer reinschießen kann. Also das sind alles so Dinge, die muss man da durchaus natürlich auch bei solchen Killstreaks beachten. Aber ich denke, das hat man immer. Man hat es auch, wenn man einen Harrier einsetzt, wo man den Harrier platziert oder wo man mit der Predator schon in welche Richtung ungefähr ein bisschen hinfliegt. Also das sind, denke ich mal, so die Sachen, die man für jede Killstreak braucht und die hat man dann nach einer gewissen Zeit auch raus. Aber was für die AC wirklich sehr, sehr Entscheidendes in meinen Augen, dass man eben nicht nur dieses gewisse Grundverständnis braucht, sondern dass man eben auch diese Geschütze, diese einzelnen Geschütze extrem gut einsetzt und zum richtigen Zeitpunkt auch einsetzt. Heißt zum Beispiel, das reicht eben nicht nur, wenn man das große Geschütz oder das bisschen kleinere Geschütz dann eben einsetzt, was ich eben die ganze Zeit nur mache, weil ich es eben nicht besser kann, sondern man muss eben auch mit diesem kleinen Geschütz, also mit diesem, ja was fast schon Maschinengewehrartig ist, dann eben auch versuchen Kills zu machen. Gerade für Gegner, die einzeln rumstehen und vielleicht mit einer Stinger in der Hand rumlaufen, die man dann eben doch lieber besser weg holt, bevor sie einen dann eben am Ende runterschießen. Auch wenn die AC insgesamt relativ schwierig runterzuschießen ist, was ich dann natürlich auch einen ganz guten Ausgleich dafür finde, dass sie eben so schwierig zu benutzen ist. Allerdings sollte man eben auch diese Gegner holen können und wenn man dafür dann meinetwegen für einen Gegner gleich das große Geschütz verwendet, dann hat man sozusagen schon mal einen, sich einen gewissen Nachteil erspielt, weil man dann eben wieder diese Nachladezeit braucht, bis man sozusagen den, ja das große Geschütz wieder neu verwenden kann. Deswegen, also das muss man alles genau teilen, dann ist es auch noch wichtig, wie man den Erschlag setzt, beziehungsweise wann man immer den Erschlag mit dem großen Geschütz setzt. Also wenn man alle drei Geschosse leer geschossen hat, dann ist es sozusagen, sollte man vielleicht an einigen stellen, das habe ich auch immer wieder an anderen MB2 Gameplays erkannt, dass man immer erst eine gewisse Zeit wartet, bis die Gegner wieder an einem Spot spawnen. Da muss man natürlich diesen Spot auch relativ schnell erfassen. Also das sind wirklich alles Dinge. Also es ist wirklich sehr, sehr kompliziert, diese Killstreaks, diese Killstreaks extrem gut zu beherrschen und dann eben auch extrem viele Kills zu machen. Und das hat mir dann an der Stelle auch in diesem Gameplay hier eben an Erfahrung dann gefehlt, um eben, ja mal mit einer Zeben seine 20, 30 Kills zu machen, was einem dann am Ende eben dazu weiterhilft, die 100 Kills zu erreichen. Und da kann man dann Faustregeln hin und her die ganze Zeit beachten, dass man eben dreimal seine Killstreaks erreichen muss ungefähr, um am Ende die 100 Plus zu erreichen, was ja in Black Ops und MB2 relativ ähnlich ist. Aber wenn man es dann eben nicht schafft, mit der Killstreak genügend Kills zu machen, dann kann man die Killstreak auch noch ein viertes Mal erreichen und wird es am Ende wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Und da komme ich dann an der Stelle eigentlich auch schon zum wichtigen Teil dieses heutigen Kommentaries. Und zwar, wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Beziehungsweise, was soll dieses Thema im Endeffekt eigentlich, ja, uns als Call of Duty Spielern bringen? Und zwar, ich habe einige Freunde im Real Life, die auch Call of Duty spielen, allerdings sind das alles so eher 0,8 bis 1,0 KD Spieler. Ich will jetzt hier niemanden über einen Kampf scheren, allerdings sind es doch Spieler, über die man sich freut, wenn sie im Gegnerteam sind. Und ich hoffe, Sie gucken dieses Commentary jetzt nicht, denn, ja, dann werden Sie wahrscheinlich ein bisschen sauer sein über diese Aussage. Aber es ist nun mal die nackte Wahrheit. Und das Ding allerdings, wenn ich dann mit denen über Call of Duty diskutiere, dann ist meistens eben so das große Problem, dass sie eben meinen, hey, ich komme schon wieder in eine Lobby rein, wo schon wieder die ganze Zeit nur die Gegner Chopper, Gunner, AC und weiß ich nicht, was am Start haben. Und dann macht es ihnen einfach auch keinen Spaß, dieses Spiel zu spielen. Und Call of Duty ist einfach ein Spiel, was für die breite Masse gemacht ist. Und da muss man an der Stelle irgendwie auch sagen, okay, hey, da ist dann die Fairness doch vielleicht ein bisschen falsch angelegt, wenn man sagt, man bietet eben nur Dinge für gute Spieler, aber für schlechte Spieler nicht. Und ich bin sicherlich kein Fan davon, dass es Stealthbomber und EMPs und alle diese Support-Killstreaks, die ja mittlerweile in MV3 eingebaut wurden, dass das alles enthalten ist. Aber man sollte vielleicht so eine gewisse Balance zwischen den hohen Killstreaks für gute Spieler und dann eben auch dem Ausgleich für schlechte Spieler ja irgendetwas reinbringen, was sozusagen das Ganze ein bisschen fairer macht. Und ich finde es dann an der Stelle aber auch nicht fair, wenn man sich seine Killstreaks erspielt und die dann nach zwei, drei Sekunden runtergeschossen werden. Und deswegen, ja, wäre es auf jeden Fall für mich eine relativ sinnvolle Lösung, wenn man sagt, man muss sich nicht nur die Killstreaks erspielen und da einen gewissen Skill an den Tag legen, sondern man muss dann eben auch noch mit der Killstreak einen gewissen Skill haben, beziehungsweise man muss einen gewissen Erfahrungswert eben auch haben, um dann eben erfolgreich mit dieser Killstreak Kills zu machen. Und das wäre in meinen Augen einfach eine ganz gute Balance, auch für die Zukunft, was Killstreaks in der Zukunft in Call of Duty angeht. Und ich hoffe, euch hat dieses Commentary gefallen. Wenn ihr mehr Bock auf nicht nur 100 Plus Gameplays in Herrschaft, in allen möglichen Call of Duty Teilen habt, sondern eben auch auf interessante Themen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal bei meinem Channel vorbeischaut. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Wapiti für dieses Gast Gameplay hier. Und damit sage ich an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.